So, jetzt beobachte ich gerade die Maus beim Errichten der Außendeko für Halloween. Ja, habe ich schon gemacht, schau. Und Kinder waren auch schon da. Soll ich dir mal meinen Teller zeigen? Soll ich dir das nicht, so schau. Soll ich dir das nicht, schau. Anfeest du schon mal! Ich bin Moment. Ein oder andere Leser bei den Daumen. Ja, es hat dich, was mir newest.